Drei Dinge, ohne die du nicht leben kannst. Meine Familie, mein Sport und gutes Essen. Was treibst du für Sport? Ich boxe, ich spiele Fußball, ich spiele Tennis, ich spiele Tischtennis. Ich mache auf jeden Fall alles mit. In dem einen bin ich ein bisschen besser, in dem anderen ein bisschen schlechter. Wo bist du nicht so gut? Ja, das suche ich noch. Das hätte ich gerne vor 15 Jahren gewusst. Da gibt es viele Dinge, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich glaube, die haben wir alle. Wenn wir die Zeit 15 Jahre zurückdrehen könnten mit dem Wissen von heute. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, dass ich trotzdem sehr stolz bin, dass es alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und aus den Dingen, die vielleicht nicht so schön waren, lernt man eigentlich am meisten. Also würde ich gar nichts ändern. Das mache ich, wenn ich eines Tages keine Musik mehr mache. Singen und überhaupt Musik machen, das werde ich immer. Ob ich das auf der Bühne mache, für viele Menschen oder nur für mich, ganz alleine. Ich singe für mein Leben gerne den ganzen lieben langen Tag, seit ich schon ganz, ganz kleiner Junge bin.